In der letzten Sprachaufnahme sprach ich über den Tadarruj im Talab al-Ilm. Das bedeutet, dass man das Wissen etappenweise erlernt, schrittweise. Und dazu gehört es, dass man mit kleinen Wissenschaften beginnt oder beziehungsweise mit gewissen Einführungen in die Wissenschaften, mit entsprechender Literatur, die für das Niveau eines Anfängers zum Beispiel geeignet ist. Es ist ein schwerwiegender Methodenfehler, dass man mit Literatur beginnt, die nicht für dich geschnitten ist. Egal in welcher Wissenschaft, sei es der Tafsir oder der Fiqh oder die Grammatik, die Morphologie, die Rhetorik, was auch immer das für ein Fach sein mag, mit den großen und gigantischen Büchern zu beginnen, ist ein schwerwiegender Fehler. Und eine Person, die das tut, wird in der Regel zu 99,9% nichts werden. Sie wird schon recht früh einknicken, wenn sie merkt, das ist alles einfach viel zu schwer und komplex und in der Masse und Menge einfach viel zu viel. Der wird dann denken, dieses Wissen, das können nur Leute erhalten, die irgendwie ganz besondere Genies sind oder die mit ganz besonderen Fähigkeiten ausgestattet sind. Für die Normalsterblichen ist sowas nichts. Und das kommt halt davon, wenn man von Stufe 1 direkt auf Stufe 10 springt. Das Problem bei einem Anfänger ist aber, dass er gar nicht weiß, was für wen geeignet ist und was für ihn selbst geeignet ist. Genauso wie er nicht weiß, wer, er kann nicht unterscheiden von wissend und nicht wissend. Ein Nichtwissender kann selbst nicht wissen, wer ein Alim ist beispielsweise. Er weiß ja nicht, was das Wissen ist. Und wenn er nicht weiß, was das Wissen ist, kann er auch nicht differenzieren zwischen den Menschen, die tatsächlich wissend sind und nicht wissend sind. Das ist nicht die Aufgabe des Jahil, zu entscheiden, wer, was ist denn. Dazu fehlt ihm einfach das Wissen selbst. Daher sagt man, gibt es in der arabischen Sprache, das ist eigentlich ein Prinzip, auch im Fiqh, im Usul-Fiqh oder im Allgemeinen ein Prinzip, eine Norm. Etwas zu beurteilen, er fordert erstmals, eine Vorstellung darüber zu haben, eine Vorstellung über seine Definition, über seine tatsächliche Bedeutung. Naja, wie dem auch sei, daher sollte sich jemand, der am Anfang ist, von erfahrenen Personen beraten lassen, damit er nicht Jahre seines Lebens verschwendet, im Herumwandern von Buch zu Buch, von Unterricht zu Unterricht. Und dann fängt er hier an und hört hier wieder auf, und dann fängt er mit einem neuen Text an und hört wieder auf. Das ist eines der Hauptursachen dafür, dass man in seinem Leben nichts erreicht. Er fängt mit der Al-Wazitri an, dann hat er eben keine Lust mehr, dann geht er zur Safariniya, dann hat er hier auch keine Lust mehr, dann denkt er sich, die Tachawiyah, dann beginnt er mit ihr und hört dort auch wieder auf. Dann sagt er sich, ich lerne die Al-Arabahuna Nawawiyah, bricht ab. Dann beginnt er mit dem Al-Buluh und dann hört auf, dann denkt er sich, es ist besser vielleicht, wenn ich erstmal mit dem Umdatul-Ahkam beginne und so weiter. Er dreht sich dann in diesem Teufelskreis und in der Realität kommt er jahrelang nicht weiter und stagniert. Das ist also ein großes Problem. Daher der Schlüssel dazu ist, sich von leiten zu lassen, beraten zu lassen. Jemanden zu haben, der dich führt, das ist äußerst wichtig. Die andere Sache ist, was man wissen soll, ist, dass die verschiedenen Disziplinen und die Wissensbereiche, die man im islamischen Studium lernt, sie lassen sich grob in zwei Bereiche einteilen. Die sogenannten Ulum al-Rayyat und Ulum al-Wasail. Die Ulum al-Rayyat, das sind jene Wissenschaften, die, das sind sozusagen die Zielwissenschaften, die eigentlich sozusagen die Ursache für das Studium und Lernen sind. Man möchte diese erlangen. Und dann gibt es aber die sogenannten Ulum al-Wasail, das heißt Schlüsselwissenschaften oder Wissenschaften, die sozusagen ein Mittel zum Zweck sind. Was bedeutet das? Wenn du eine Schraube öffnen willst, brauchst du einen Schraubenzieher. Wenn du ein Schloss öffnen willst, brauchst du einen Schlüssel. Wenn du diese Zielwissenschaften der Scharia studieren willst, brauchst du auch gewisse Mittel und Werkzeuge, um dich daran zu machen. Und diese Werkzeuge, diese bezeichnen wir als die Ulum al-Wasail. Dazu gehört zum Beispiel die arabische Sprache mit all ihren Wissenschaften. Und die wichtigsten Wissenschaften der arabischen Sprache sind vier. Die Grammatik und die Ilm al-Majim, das heißt das Wissen über die einzelnen Ausdrücke und ihre Bedeutungen, die Linguistik, die Morphologie und die Rhetorik mit all ihren Facetten. Daher sagt er, das ist ein ganz interessanter Punkt, das ist ein ganz interessanter Punkt, das gibt zwischen der arabischen Sprache und den Wissenschaften der Scharia. Er sagte, wer stark in der arabischen Sprache ist, wer stark in den arabischen Wissenschaften ist, der ist auch stark in den islamischen Wissenschaften, in den schariatischen Wissenschaften. Wer schwach ist, der wird auch unvermeidlich, unausweichlich schwach sein in den schariatischen Wissenschaften. Und wer nur mittelmäßig darin ist, der wird nur mittelmäßig sein. Also wer schwach in den arabischen Wissenschaften ist, dem sein Wissen ist eigentlich, es ist etwas suspekt. Daher solltet ihr euch auch von eingangs wissen, Islamstudium nicht auf Arabisch, das ist eigentlich nur eine Traumvorstellung. Ich möchte den Islam studieren auf Englisch, auf Deutsch. Das ist eine Traumvorstellung. Du kannst vielleicht sicherlich damit ein bisschen Bildung, islamische Bildung gewinnen, aber ein intensives Studium, das dich zu einem wissenden Mann oder einer wissenden Frau macht, die belehrt ist über die Ahgam der Scharia, das kannst du dir abmalen. Das wird nicht funktionieren. Jedenfalls diese Wissenschaften, die wie Werkzeuge fungieren, dazu gehört zum Beispiel auch der Usul al-Fiqq, die Methodenlehre des Fiqq. Sie ist nämlich das Urwerk des Fiqq. Nur wer das begreift, begreift, wie die Adilla funktionieren. Es reicht nicht einfach, nur irgendwelche Texte auswendig zu lernen und zu sagen, hier, das ist der Dalil. Solange man die Methodenlehre nicht kennt, die Usul al-Fiqq, also ein Großteil davon, basiert einfach auf die Ausdrücke und ihre Dilalat. Wer das nicht kennt, dann bringen auch einzelne Texte nicht, selbst wenn er sie auswendig gelernt hat. Und danach, diese Wissenschaften sind also wichtig, sie sind der Zugang zu den Ulum al-Ghayat. Die Ulum al-Ghayat und die Zielwissenschaften, dazu gehört zum Beispiel die Aqidah, dazu gehört der Hadith, also das Begreifen und Verstehen des Hadith, der Tafsir des Koran und so weiter. Deswegen sagte der Khatib al-Baghdadi, er sagte, Das Wissen ist im Verstehen und Begreifen. Das ist Wissen. Und das Wissen liegt nicht darin, Unmengen von Überlieferungen zu besitzen. Also, dass du Unmengen von Ijazat hast, dass du dieses und jenes Buch gehört hast und es überliefern darfst. Das ist kein Wissen. Zumal die Ijazat heute sowieso aus wissenschaftlicher Perspektive keinen Wert mehr haben. Aus wissenschaftlicher Perspektive haben diese Ijazat, gewisse Dinge und Texte zu überliefern, keinen Wert mehr. Sie sind einfach nur noch da, sie werden nur noch gehalten, um eine gewisse Tradition weiterzuführen. Aber an sich selbst sind sie, die Richtigkeit von den Texten oder den Büchern ist nicht mehr von ihnen abhängig, weil sie wurden ja schon niedergeschrieben. Und daher die Überlieferung oder die Weitergabe dieser Texte und die Überlieferung wird ja in schriftlicher Form mittlerweile gemacht. Ja, jedenfalls diese Ijazat, gewisse Texte zu überliefern, also beispielsweise, ich habe an einer Sitzung teilgenommen und da wurde ein Buch verlesen in Turbogeschwindigkeit, sodass man sowieso kaum was davon versteht und dann kriege ich eine Ijazat. Oder teilweise gibt es auch diese Ijazat, in denen ich nicht mal was gehört habe. Also Fulan gibt mir einfach die Ijazat, dass ich alles, was er überliefert, überliefern darf. Also wie ihr seht, das hat wissenschaftlich keinen Rang mehr. Jedenfalls sagte Ähnliches auch Er sagte, Er sagte, Richtige Verständnis, verstehen und begreifen. Und wie gesagt, dieses richtige Verständnis, dafür gibt es natürlich Maßstäbe. Und zwar, dass das Verständnis auf den entsprechenden der Stilistik und den Regeln, der Grammatik, der Semantik der arabischen Sprache ist. Dass die eine Sache ist, Sahatul Fahm und Husnul Qast und schöne Absichten zu hegen, also beim Wissen, dass diese zwei Dinge sind die größten Gaben Allah Ta'alas, die er seinem Diener geben kann, nach dem Islam. Und das ist ein Diener geben.